Das wird der Hammer. Und jetzt kümmere ich mich um die Augen. Puh, hab dich gehört, du weißt doch, mir entgeht nichts. Spielsatz Sieg für Jade. Na, so spielt noch auf? Weil meine Freunde mir schreiben. Jeder, den ich kenne, schreibt mir wegen dieses Wettbewerbs. Da geht's um ein Praktikum mit... Ramona Barnes. Siehst du? Noch mehr Nachrichten. Aha, und Ramona Barnes ist, äh, wer? Sie ist Set-Designerin am Broadway. Sie hat all ihre Tony Awards in einem eigenen Apartment aufbewahrt. Sie nennt es Tony Town. Sie ist einfach genial. Krass, also leg los. Das will ich ja auch. Aber ich muss ein Set-Design machen und ein Foto einschicken, was ich nicht kann, weil alles, was ich hier mache, als studentische Arbeit zählt. Und wer studentische Arbeiten fotografiert, fliegt raus. Ganz genau. Wirklich schade für dich. Schalt einfach dein Handy ab und stress dich nicht. Ja, du hast recht. Dein Laufstück-Look. Und, was sagst du? Sieht toll aus. Klasse. Und, äh, lass dich nicht so stressen. Äh, ich bin müde. Gehst du auch bald schlafen? Nein, ich bleib noch auf. Gute Nacht. Oh, ist das cool, Sonny. Ich würde das auf jeden Fall tragen. Das Set ist krass. Wie wär's mit der Farbe? Bella? Bella! Wach auf! Was, wenn Miss Wright dich beim Schlafen erwischt? Sie grunzt, wenn sie lacht. Witzig, oder? Danke. Ich habe die ganze Nacht an diesen Wettbewerb gedacht. Ich muss dieses Praktikum bekommen. Aha. Nur dann fliegst du bestimmt von der Rainbow High. Wenn ich davon nur ein Foto einschicken könnte, würde ich auf jeden Fall gewinnen. Bella, hör auf. Wirklich. Das ist echt viel zu riskant. Ja, sicher. Du hast recht. Gute Nacht. Erwischt! Jade! Sehr seltsam, dich gerade hier anzutreffen. Ja, ich wohne hier. Außerdem hast du den ganzen Tag dein Handy gecheckt. Ich weiß genau, dass du das Foto für den Wettbewerb machen willst. Das ist doch meine große Chance zu gewinnen. Und ich weiß, dass ich das Bild machen kann, ohne dass es jemand mitkriegt. Äh, äh. Klappe zu. Sag es nicht. Denk nicht mal dran. Du hast so hart gearbeitet, damit du hier sein kannst. Und jetzt riskierst du das alles für ein Praktikum? Aber diese Frau könnte meine Karriere nachhaltig beeinflussen. Ich will das wirklich, Jade. Ich verstehe dich doch. Aber was ist, wenn du das Bild machst, erwischt wirst, hier rausfliegst und das Praktikum nicht bekommst? Dann hätte ich echt alles verloren. Ganz genau. Du hast recht. Ich kann das nicht tun. Sorry, Bella. Es ist blöd. Aber nach deinem Abschluss hast du deine eigene Tonytown. Naja, hoffentlich. Und was machen wir jetzt? Ich bin viel zu wach fürs Bett. Die Nacht ist noch jung. Also machen wir was draus. Wie wär's mit einer kleinen Tour durch die Rainbow High? Danke, Jade. Jetzt geht's mir besser. Das freut mich, Bella. Flipp jetzt nicht aus, aber... Ich hab's gemacht. Was? Broadway. Mit Ramona Barnes. Verstehst du? Bella, was hast du dir dabei gedacht? Alles okay. Niemand hat's gesehen. Ich versprich's dir. Danke. Ich muss etwas bekannt geben. Es gibt eine Studentin, deren herausragende Arbeit mich sehr beeindruckt hat. Bella Parker. Ich? Wirklich? Ja, wirklich. Deine Arbeit ist der Beweis für echte Genialität. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Cool, Bella! Leider wissen wir ganz genau, dass du letzte Nacht Fotos von dem Set gemacht hast. Was? Nein, ich meine, ja, hab ich aber... Bella, bitte. Die Regeln sind ganz klar. Du bist am Ende deines Regenbogens. Pack deine Sachen und warte im Büro auf mich. Was? Oh nein, wieso tun sie das? Aber ich, äh... Tut mir leid, aber wir haben jetzt keine Zeit dafür. Die anderen müssen weitermachen. Du bist entschuldigt. Bella! Ich weiß, das ist jetzt schwer für euch, aber an der Rainbow High dürfen keine studentischen Arbeiten fotografiert werden. Jetzt, wo Bella uns verlässt, gibt es einen freien Platz in der Gruppe. Zum Glück hatten wir noch jemanden auf der Warteliste. Komm bitte rein. Wir heißen dich alle herzlich willkommen, Mädels. Das ist euer neues Gruppenmitglied, Amaya. Hi! Ähm, hab ich was verpasst? Ja! Ich verdiene das. Vielleicht war ich auf der Warteliste, aber ich gehöre hierher. Was, wenn ich hier nicht reinpasse? Haare perfekt. Selbstdesigntes Outfit. Hi! Komm bitte rein. Sei magisch, wie der Regenbogen. Wir heißen dich alle herzlich willkommen. Mädels, das ist euer neues Gruppenmitglied, Amaya. Hi! Ähm, hab ich was verpasst? Ja, das hast du, aber ist schon okay. Das konntest du nicht ahnen. Ich bin Sunny und das sind Violet, Skylar, Poppy, Ruby und Jade. Und, äh... Sunny, Bella ist gerade erst weg. Und ganz ehrlich, das müssen wir erst verdauen. Oh, wer ist Bella? Das Mädchen, das gerade auf dem Gang war? Ihr hast du deinen Platz zu verdanken. Du meinst, ich bin nur deshalb hier, weil sie raus ist? Oh Mann, ich... Ich... Sorry, das wusste ich nicht. Äh, sie macht Z-Design. Ist das auch dein Schwerpunkt? Nein, mein Schwerpunkt ist Mode. Ach, du machst Mode? Aber, ähm, das mach ich doch schon. Na und? Dann macht ihr es halt beide. Ist doch nicht schlimm, oder? Wir haben noch so viel zu tun. Für unser Semesterprojekt machen wir eine komplette Modenschau. Das wird mega groß. Wir haben sieben Looks und machen alles für diese Show. Musik, Haare, Make-up, Set. Einfach alles. Und mittlerweile haben wir auch endlich ein Thema. Ohne Regen, kein Regenbogen. Und wie gefällt dir das? Ich find's echt Hammer. Habt ihr schon alle sieben Looks? Noch nicht. Bis jetzt sind es nur zwei. Aber ich arbeite daran. Das ist toll. Ich mein, ich freu mich, weil ich euch vielleicht noch ein bisschen helfen kann. Ich zeig euch mal, was ich mir vorstelle. Ohne Regen, kein Regenbogen. Keine Ahnung, ob ihr damit was anfangen könnt, aber... Hm, gar nicht schlecht. Vielleicht dazu noch ein paar schicke Ohrringe. Oder ein hübscher Gürtel. Ja, das ist perfekt. Das wird gut. Ja, sowas mal ein Glaubst. Ich glaub's nicht. Arbeiten die wirklich zusammen, als wär alles wie immer? Ihnen scheint es total egal zu sein, dass Bella weg ist. Bella ist vielleicht noch hier. Komm schon. Und was, wenn... Komm mit uns, Amaya. Dann siehst du mal, wo wir hier unterkommen. Das wär cool. Danke. Bella! Alles wird so gut, wir sind für dich da. Ich werd mich mal verabschieden. Warte du lieber hier, sonst wird es vielleicht unangenehm. Ich werd dich so vermissen. Du wirst mir auch fehlen, Sunny. Ich kann's nicht fassen, was hier grad passiert. Nur bei ViLive erfahrt ihr die heißesten News an der Rainbow High. Vom letzten Goodbye und dem ersten Hi-Hi. Und das schreibst du? Dann sieht man dich bei ViLive, meinem Vlog. Schrägstrich Reality Show, Schrägstrich Lifestyle Kanal. Was? Das ViLive? Ach, deswegen kenn ich dich. Ich meine, hab von dir gehört. Ja klar, unterschreib ich. Schön, einen Fan zu treffen. Also, News Time. Stell dich meinen Followern vor. Wer ist Amaya? Also, ähm, ich bin Amaya. Meine Heimatstadt ist etwa so winzig. Und ich mach Mode. Das zum Beispiel. Meine Freunde zu Hause meinen, ich spreche die Modesprache. Ich sehe Muster und Farben und weiß direkt, wie ich sie kombinieren muss. Hey. Und ich bin so, äh... Also, du bist meine Nachfolgerin? Die peinliche Situation, die ich vermeiden wollte. Ja, das ist sie. Tut mir leid. Ich hatte keine Ahnung. Meine Mom ist hier. Ich sollte gehen. Ich kann nicht glauben, dass du gehen musst. Wir denken an dich, Bella. Du wirst uns echt fehlen. Du bist für immer Teil dieser Gruppe, okay? Niemand kann dich ersetzen. Ja. Ah, da seid ihr ja alle. Und Amaya sieht schon mal ihre neuen Mitbewohner. Meine neuen... Was? Mitbewohner. Du wirst mit Ruby, Jade und Violet zusammenwohnen. Sie geben ihr Bellas Platz? Bella hat unsere Regeln ganz bewusst verletzt. Also ist sie auch nicht mehr länger an der Rainbow High. Es ist jetzt Amayas Platz. Und ich bin mir sicher, als ihre neuen Mitbewohner werdet ihr alles tun, damit sie sich gut einlebt. Vom letzten Goodbye bis zum ersten Hi-Hi. Hey, hey. Super Look. Wie bezeichnet man dieses Grün denn? Regenbogengrün. Gefällt mir. Jade, leist du mir dein Shirt aus? Und wofür? Ich mach damit sauber. Zum Anziehen natürlich. Hashtag Klamottentausch. Alles klar, Poppy. Leist du mir dein Hoodie? Sunny kriegt meine Ohrringe. Hi, Poppy. Hey, Ruby. Ich hab mich gefragt, ob... Später, Amaya. Ich will mich erst mal umziehen. Morgen, Mädels. Violet, ich hab den Hoodie. Her mit den Ohrringen. Und Jade, hier ist meine Jacke. Krass. Amaya. Oh, ich wünsch dir einen schönen ersten Tag an der Rainbow High. Oh, coole Frisur ganz nebenbei. Diese Strähnchen. Herz-Emoji. Danke, Sunny. Ich probier gern mal was Neues aus. Auch wenn's um Mode geht. Falls, naja, jemand von euch vielleicht... Es gibt nur noch zehn Minuten Frühstück in der Cafeteria. Also beeilt euch. Amaya, komm schon. Also, letzte Nacht ist mir noch was zu unserem Thema eingefallen. Ohne Regen, kein Regenbogen. Ich hab ein paar Ideen, aber ich will euch damit wirklich nicht aufhalten. Gut, denn Skylar hat alles unter Kontrolle. Danke, Jade. Aber wir haben erst zwei Looks fertig. Drei überarbeite ich gerade und zwei fehlen uns noch komplett. Ich könnte echt etwas Hilfe gebrauchen. Neues Gruppenmitglied, neues Drama. Klingt nach einer Wildlife Story für mich. Es geht nicht immer um deinen Kanal, Violet. 600.000 Abonnenten sagen da was anderes. Du hast 600.000 Abonnenten? Violet, du bist jetzt mega super krass berühmt. Ich find alle cool. Wie wär's mit dem hier? Mit ner kleinen Änderung. Etwa so. An dem wird nichts geändert. Der ist krass. Bella hat das auch gesagt. Weißt du noch, Sky? Ja, stimmt. Sie sagte, sie designt es komplett selbst. Hast du schon was von ihr gehört? Noch nicht. Wisst ihr was? Ich werd ihr mal schreiben. Dann sieht sie nämlich, dass wir an sie denken. Grüß sie von mir auch. Von mir, liebe Grüße. Sag ihr, sie fehlt mir. Sag ihr, wir vermissen sie. Es ist echt hart. Jedes Mal, wenn ich denke, ich gehöre zur Gruppe, werde ich schon wieder ausgeschlossen. Nein, du bist Teil unserer Gruppe. Es ist nur kompliziert, denn alle machen sich Sorgen um Bella. Besonders Jade und Ruby. Aber glaub mir, das wird schon. Ganz sicher. Was ist das? Das ist der Salon. Komm mit. Wow, was ist das? Keine Ahnung. Was denkst du denn? Ich weiß nicht. Da es in der Rainbow High steht, ist es etwas Außergewöhnliches. Und, was ist es? Ich bin nicht ganz sicher, aber ich denke, ich weiß es. Ich hab davon gehört, aber ich dachte nicht, dass es real ist. Du dachtest nicht, dass was real ist? Sag schon! Es ist eine Regenbogenkammer. Eine Regenbogenkammer? Unglaublich! Was ist eine Regenbogenkammer? Ich zeig's dir. Warte, ich brauche Stoffe. Oh je! Es hat etwas so Unauffälliges und Cooles gemacht, dass ich es nicht mal bemerkt habe. Nein, es klappt nicht. Irgendwas ist da schiefgegangen. Ich finde schon raus, was es war. Treffen wir uns alle hier in zwei Stunden? Ich hab eine Idee, die alles verändern wird. Okay, die Einstellungen stimmen. Alles ist bereit. Das sollte funktionieren. Was sollte funktionieren? Ich hab sie alle mitgebracht, so wie du es wolltest. Ja, okay, na dann. Also mein Start hier war nicht einfach. Und ich schwöre, ich hatte keine Ahnung, dass ich Bella ersetzen würde, weil ich auf der Warteliste war. Ich weiß, sie ist eure Freundin und sie ist super talentiert. Ich meine, ich hab ihr Set-Design gesehen und es ist mega. Und ich weiß, ich kann sie nicht ersetzen. Ich würde nur gerne eine von euch sein. Aber du bist doch eine von uns. Ich weiß, aber ich will wirklich zu 100% dazugehören. Nicht nur im Unterricht. Wie ihr heute Morgen eure Outfits getauscht habt, das war cool. Ihr passt einfach alle so gut zusammen. Und weil ihr gern eure Outfits wechselt, sollte euch Sunny alle hierher holen. Damit wir unsere Klamotten tauschen. Besser. Zieht die hier an und lasst euch überraschen. Und was sagt ihr? Das ist wirklich unglaublich. Wie hat sie das gemacht? Weißt du was? Dein Style ist echt krass und das eben war wirklich cool von dir. Es tut mir leid, dass ich vorhin nicht so cool zu dir war. Naja, du vermisst deine Freundin. Ich hoffe nur, wir können trotzdem Freunde sein. Ja klar, wir können alle Freunde sein. Wir haben uns grad erst getroffen. Aber ja, klar, das wird schon. Erstes offizielles Gruppen-Safie. Kommt alle mal her. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017